Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warcraft. Mein Name ist Gregl und mit mir spielt der Eskar. Hallo Eskar. Hallo zusammen. So, dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier in Tanaris veranstalten können. Bisschen Sandkörner zählen oder so. Körner hier nach links da zur St. Marta Wacht oder was? Ja, dann Attacke. Wollen wir noch mal gucken. Ja, wollen wir noch mal gucken, ob du in dieser Folge stirbst. Ach Quatsch, ich sterb doch niemals, niemals. Nja. Bin doch voll der Imbapro. Ja. Ja, doch, doch, doch. Ja, du bist Hardcore. Ja. Mindestens. Und quatsch euch hier nicht jede dumme Hyäne an. Warum nicht? Die sind halt nur neidisch auf mein Erfolg. Na gut, NPC bei WoW möchte ich auch nicht sein. Kein Urlaub, kein frei. Tja. Dann ist es ja. Und 24 Stunden Dienst hast du auch noch. Ja. Ziemlich uncool. Also nicht sehr familienfreundlich. Nee, das stimmt allerdings. So. Da steht der. Dann gehen wir doch mal gucken. Wir reiten, wir gucken nicht. Ja, beim Reiten gucke ich aber. Na. Nachher werde ich sonst irgendwo gehen oder überlaufe zufällig eine alte Ammer oder so, die hier gerade die Straße überquert. Ja, da hier Verkehrszeichen sehr sparsam gesät sind, muss man schon damit rechnen. Ja. Deshalb ja. Weiß doch. Augen auf im Straßenverkehr. Ja, die Idee ist die Pullen schon wieder alles zu sagen. Na klar. Hüßt, Hüßt, Hüßt. Hüßt, Hüßt, ja. Ja, ich bin halt sterbenskrank hier. Ja, ja, ist mir klar. Du armes, kleines Wesen. Warum kommt der nicht mit hier? Ja. Frech halt. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich bin von einem Range DD gepullt worden, dann kann ich auch Range DD machen. Ja. You pull it, you tank it. Ja. So sehe ich das auch. So. Gegner, hallo. Mitzi, mitzi, mitzi. Komm, dann gucken wir mal hier drüben, hier stehen noch ein paar Skorpione, die brauchen wir da auch noch. Dann nehmen wir doch wenigstens die mit, wenn der Rest schon nicht will. Ja, ja, ja. Das stimmt. Die sterben alle immer so schnell. Ja, ich bin halt immer pro. Ach, ich vergaß. Na, wenn ich schon keine mördermäßigen Epics habe, dann muss ich doch wenigstens selber mordsmäßig geil sein. Ja, ja. Und so. Das bist du auch, ja. Du bist so immer, du bist da. Wie soll ich das beschreiben? Du bist so unglaublich. Danke, danke. Und vor allen Dingen noch so bescheiden dabei geblieben, ne? Ja, ja, ja. Das ist so faszinierend, wie du auf dem Boden der Tatsachen bleibst und uns hier mit deiner Anwesenheit beglückst. Ja, ich möchte ja, dass andere Leute, vielleicht färbt es ja ab, wenn die dann so die Videos gucken oder sowas. Ich möchte ihnen dann natürlich auch den Erfolg gönnen. Das ist ja nicht so das Problem. Ja. Ich bin ja so dankbar, dass ich mit dir leveln darf. Ja. Das glaube ich. Ist ja schnell umgefallen. Ja, aber. Irgendwie sehr gegnerarm, die Gegend. Ja, danach ist es da nicht so so schön. Es waren immer sehr weite Wege und teilweise auch sehr sparsam verteilte Gegner. Oh, warte mal. Da vorne ist noch einer. Komm du Escort, der klar ist cool. Ja, ich bin doch schon da. So, haben wir das Loot schon mal fertig. Dann müssen wir jetzt das Skorpione sammeln. Skorpione, ja. Wollen wir doch mal gucken. Wir werden ja wohl noch irgendwo zwei, drei Skorpione rumlaufen. Na, ich hoffe doch. So, und dem Gibis und das. Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Uff, wird schon von kleinen Viechern verfolgt. Hehehehe. Ja, du bist so ein Pro, dass die sogar Level-1-Viecher angreifen. Ja, jeder will halt versuchen, mich vom Thron zu stoßen, ne. Das bringt der Erfolg halt mit sich. Das wirst du vielleicht ja auch mal kennenlernen, wenn du als junger Paderwahn erstmal ein bisschen was von meiner Macht abbekommst. Ja, warte, ich brauche noch einen. Ja, ich auch. Ich hatte die hier hinten aber nicht gesehen gehabt. Sind wir hier? Komm zurück. So, voll. Ich ebenso. Das ist doch gut, dann gehen wir mal ab. Ah, juhu. Flieg, kleiner Feuervogel, flieg. Der kann nicht fliegen. Doch, das muss er nicht nur mal in Ruhe beibringen. Das ist so ein fettes Jehopse da drauf, der kann ja nicht fliegen. Ich bin doch kein fettes Jehopse. Naja, als zart und schlank würde ich dich nicht bezeichnen. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, gut, als Plüscher würde ich mich jetzt mit der Rüstung auch nicht bezeichnen, aber... Ich bin halt einfach nur zu klein für mein Gewicht. Ja. Das ist alles. Nehm, gehst du elendiger Skorpion. Und das auch noch. Oh, geh kaputt. Oh, stirb. Ist er doch schon. Alles hier unter Kontrolle. Ich glaube, ich kriege eine leichte Erkältung. Oh, ja, ja. Ist halt so. Ist halt momentan auch das Problem, morgens wenn ich losdüse zur Arbeit oder so, ist es ja noch relativ kühl. Und dann Nachmittag, wenn dann Feierabend ist, ist es mittlerweile ja... Ist es ziemlich mild, ja, ja. Also die Nächte sind teilweise arschkalt und über den Tag da bist du am überlegen, ob du nicht die Sommerklamotten rausholst. Ja. Muss man nicht sagen. Gerade wenn da windstill ist oder so, dann fängst du ja richtig an zu schwitzen. Hm. Mittlerweile. So ein ganz böses Mischmachschalter. Oh ja. Dabei kommt noch ein Bruder. Bin ich mir recht sicher. Das denke ich eigentlich auch. So. Das war's noch nicht. Ne, ich sag ja, ich denke auch, dass da nochmal was kommen wird. So. Und wieder zurück reiten. Ja. Ich sag ja, das ist der Nachteil hier in Tanaris. Es ist teilweise elendig weite Wege und nicht viel Lohnswertes auf dem Weg. Ne, aber im Gegensatz zu einem anderen bekannten Online-Spiel eines ehemaligen Sportspielherstellers, sind die Wüstengegenden hier wenigstens noch halbwegs angenehm. Weil ich sag mal, du hast hier irgendwo immer, so wie jetzt hier links zum Beispiel, da mit der Wucher eine Narbe oder sowas. Oder mal hier so ein Gerippe zwischen. Dadurch geht das immer noch. Du kannst dich hier wenigstens noch gut, ähm, ja, orientieren, wo du dich gerade befindest und wo du hin musst. Ich weiß jetzt bloß nicht, warum du nicht gesagt hast, da war's die Old Republic. Kann man ruhig sagen. Ja gut, dann, äh, drücken wir's halt so aus. Also bei SW-Tor war's dir ja nun mal, dass du ja dann wirklich reine, ebene Wüstenlandschaften hattest. Mhm. Also das haben wir ja auch mal gezockt und was ich da sehr schade dran fand, ist, wie das kaputt gemacht wurde, das Spiel. Ja. Ja, da siehst du halt wieder, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also man muss halt ganz klar sagen, ähm, Blizzard, äh, Quatsch, nicht Blizzard, äh, EA kann an sich Wortspiele herstellen. Können sie sogar sehr gut. Ja. Aber alles andere, weil man sieht's ja auch an Command & Conquer oder sowas, alles andere sollten sie einfach nur die Finger von lassen. Besser ist dat. Fand ich sehr schade. Also mir hat das an und für sich hat das mir Spaß gemacht, das Spiel. Ja, das stimmt. Aber es waren ja auch ein paar sehr nette Ideen dazwischen. Aber naja, wie gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten halt. Ja, das auf jeden Fall. So, mach du mal den Gegner kaputt, dieser Thema in meine Tasche. Boah. Das war klar, ich muss hier schwer und hart arbeiten und, äh, du machst Urlaub. Du bist doch hier der Imbapro. Ich hab keinen Plan von dem Spiel. Und Plan hab ich auch nicht. Ich hab die Online-Variante, da war kein Handbuch dabei. Musst du mir halt alles selbst erarbeiten, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Durch Kriegern wird nix geschenkt. Ja. Das ist es ja. Ich komm gar nicht dazu, meinen Schattenbord tot einzusetzen. Liefern so schnell um mir die Gegner. Ja, wenn du weißt, dass du langsam bist, musst du halt früher casten. Ja, wahrscheinlich. Ich komm gar nicht. So, einen noch. Mhm. Mhm. Das Schlimme daran ist, dass das ja sogar ein Spontanzauber ist und trotzdem komm ich nicht dazu, den einzusetzen. Ja. Die fallen hier so schnell um, die Gegner. Ja. Da haben wir es halt. Du bist halt mit einem Imbapro dabei, weißt du? Ja, ja. Das merkt man. Das merkt man. Ja, da siehst du mal, was halt möglich ist, weißt du? Ja, da hat man so keine Chance. Normalerweise ist das hier so ein Level-Gebiet, also du kennst das ja nicht, deswegen erklär ich dir das mal. Das ist hier eigentlich ein Level-Gebiet. Hier musst du eigentlich im Durchschnitt mit einer 10er bis 25-Mann-Gruppe durchlaufen, sonst hast du hier eigentlich keine Chancen. Ja. Wenn du dann natürlich so ein Imbapro bist, wie jetzt meine Wenigkeit, dann ist, ja, dann geht es halt etwas besser. Ja. Und deswegen können wir das halt hier relativ gut zu zweit machen. Ja, das ist, ja. Ja, das dachte ich mir schon, weil ich hab ja, also die Zeiten, die wir hier bisher verbracht haben, ich hab ja sehr viele Leute gesehen, die schon über Level 70 sind und so. Also, wenn man so lange warten muss, bis man hier dann durchquesten kann, das ist schon ein ganz schön schweres Gebiet. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber da kommst du ja dann auch noch hinter, wie gesagt, als mein junger Pader war, werde ich dich da versuchen gut zu lehren, dass du dann auf jeden Fall demnächst auch mal, ja, vielleicht kein Imbapro wirst, aber zumindest gut wirst. Also, dass du dann auch mal einen Kampf gegen den Level-1-Mob oder so mal länger als zwei Minuten überlebst. Ja, das wär, äh, schön. Ich brauch nur kommen. Blizzard mit ihren langen epischen Sätzen hier. Das können sie aber gut. Ja. So, da der gleich tot ist, warte ich jetzt nur noch darauf, dass ich Schattenbord tot einsetzen kann. Hopp! Ha! Äh, hat das für dich vielleicht mitgezählt, oder? Ja. So, naja, jetzt hat er eine große Klappe und wenn wir dann wieder rein gehen, dann schreit er wieder, oh, Esker, Esker, ich hab Aggro, bitte spott mir was ab, bitte, bitte, bitte. Ja, dafür bist du nun mal tankig. Ich als armer, kleiner, völlig wehrloser Heiler, ähm, tja, bin halt überfordert, wenn ich Aggro hab. Ja. Wenn das kleine Bäumchen wieder vordrängelt. Ich hab noch nie mich vorgedrängelt. Nee, du hast Glück, dass die Ds manchmal so gierig sind, dass sie das machen. Richtig. Und meist daran nur den Fehler, dass ich, äh, ja, diesen, diesen Fehler mache, einmal, ähm, die Leute zu heilen oder so und dementsprechend dann die Aggro kriege. Na gut, die in Heiland spotten wir das ja dann entsprechend ab, aber unsere DDs, die lassen wir beim Trash gerade sehr gerne sterben. Ja, gut. Das machen sie auch regelmäßig mit. Ja, sie haben ja auch nicht, äh, zu bullen. Nö. Ich glaub, das härteste, was ich mitgemacht hab, äh, unser Magier, dass er zehnmal am Trash verreckt ist. Mhm. Was natürlich... Aber da heil ich ja dementsprechend auch nicht, wenn ich sehe, dass die Leute pullen. Nee, wir beiden Tanks, wir spotten auch nicht. Wir lassen das dann schön laufen und warten. Ist ja richtig, ist ja richtig. Wie gesagt, die DDs haben ja nun mal nichts da vorne zu suchen. Ist ja wie in der INI oder so, ich mach mal, äh, wenn ich in der INI bin, ähm, als Heiler oder, ähm, so wie jetzt hier mit einem Twink oder sowas, dann... Lass sich die DDs da auch gnadenlos verrecken. Wobei man auch genau sagen muss, dass unsere DDs das auch entsprechend wissen, dass sie da verrecken. Ja, natürlich. Aber, ja, es sollte nun mal aufhören, dass die DDs dann halt immer diesen Schwachsinn machen, unglaublich dolle vorzustürmen, weil, äh, ogo, ogo, schnell durch hier, ist ja nur eine INI. Ja, das mag ja sein. Aber, ja, es ist für mich nur ein Spiel und kein Stresstest. Ne, dann wäre ich bei irgendeinem großen, äh, Clan und würde im E-Sport aktiv tätig sein. Hm, da dürftest du dir das nicht erlauben, weil dann fliegst du wieder raus. Ja, klar fliegst du da wieder raus, aber ich sag ja, wenn ich so einen Stress haben möchte oder sonstiges, dann würde ich da spielen. Naja, wir haben ja mal selbst eine Zeit lang sehr erfolgreich gespielt gehabt, hier bei WoW. Ähm, von daher, wir kennen das ja, ähm, eigentlich fand ich, ist das sogar weniger Stress, als jetzt hier zum Beispiel dann solche Random Mini oder sowas durchzulaufen. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil, dort ist es in dem Sinne kein Stress, weil du weißt, dass jeder kennt seine Aufgabe und jeder macht sie auch. Und, ähm, da haben wir das ja, wenn dort einer aus der Reihe tanzt, der fliegt halt knallhart raus, weil der hat dann in einer, ähm, Pro-Raid-Gilde, äh, nichts zu suchen. Ey, das ist schon korrekt. Na, also ich persönlich hab das immer für weniger Stress erachtet, als, ähm, sowas hier dann. Ja, wenn du so eine, so eine Gruppe hast, so eine interne Guildengruppe, wo halt auch jeder entsprechend spielt und alles, da hast du natürlich keine Sorgen. Ne. Typischerweise. Aber wie gesagt, ich lauf auch random sehr ungern. Ja, ich eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich hab alle meine Flings, die ich jetzt oben habe, die, äh, hab ich halt wirklich nur durch Questen oder, ähm, durch Dailies oder sowas hochgeholt, ähm, Random Innies oder Random Raids lauf ich eigentlich gar nicht. Ne, das mach ich so auch äußerst ungern. Weil das ist mir dann halb zu voll Stress. Ja. Also keiner meiner Chars war so oft in der Indie wie hier, Priester. Ja, das stimmt. Ja, doch, äh, mein erster noch, aber da hatten wir ja noch ne, äh, kleine Strippchen, wo wir ja immer selber gelaufen sind. Ich wollte grad sagen, da sind wir ja auch intern gelaufen. Da gab's ja auch noch sowas wie im LFR noch nicht. Muss man ja auch knallhart sagen. Ne, da musste man auch auf dem eigenen Server suchen. Ja, und da muss ich sagen, war's ja auch in der Sache nicht ganz so stressig, weil dort haben sich die DDS oder so wesentlich mehr benommen, weil, hm, da stand ihr Name hinter. Und wenn du einmal deinen Namen halt versaut hattest, warst du auf dem Server ganz, ganz schnell, äh, verschrien, dass dich auch definitiv keiner mehr mitgenommen hat irgendwo. Oh ja, das war noch schöne Zeit. Ja, also hat da jeder ein bisschen auf seine Aussprache geachtet, ähm, es wurde halt darauf geachtet, sich ein bisschen zurückzuhalten, etc. pp. Warum greifst du jetzt hier den Sinnlosen an? Der stand da sinnlos im Weg. Schlimm, schlimm, schlimm. Boah, draußen fackeln sie Bude ab und du gehst hier rein. Ja. Sonst liegt da noch ein Schmuckstück bei dem Bär hinter dir. Kannst du gleich mal aufnehmen. Ja. Sammel du mal hier die Piratenbeute als erstes sonst. Hinter dir da auf dem Tisch liegt auch noch was. Alles. Auch schon gesehen. So, hier auf dem Schrank und auf der Bank da. Genau. War gut, dass ich Hank oben bin. Komm ich ja wenigstens oben auf den Schrank. Ja, geht ja nur darum, dass wir uns jetzt hier nicht gegenseitig, äh, das immer weglooten. Das macht ja auch keinen Sinn. Ne, ist doch richtig. Aber überleg ich mal, ich wär jetzt dumm gewesen, wenn ich da oben nicht reinkomme. Ja, dann hätt ich dich schon hochgehoben. Aber das ist aber nett. Naja. Naja. Sag mal, jetzt genommen kriegst du ja nicht. Naja. So, hab ich jetzt eine Acht. Achtung. Gehen wir jetzt raus, fackeln die Bude ab, gehen in die nächste Bude rein. Morgen plündern Brandschatzen. Ja, logisch. Die katholische Kirche lebt uns das jeden Tag vor. Ja, und ihr Buch ist immer noch ein Erfolgs-Bestseller, ne? So, guck mal hier. Einmal geradezu und einmal hier hinter uns dann im Türmchen. Dann hast du deine voll. Zehn. So. Hier war wohl gerade einer. Das sieht schwer danach aus, ja. Ich glaube der Hexer war hier drin. Na so. Gucken wir doch mal. Da hinten liegt doch schon was. Ach, da liegt auch gleich was. Ne, aber das war dann halt, äh, muss man sagen. Auch wenn die Idee hinter dem LFR ja nicht schlecht ist, muss man auch zugeben. Die Idee dahinter ist echt klassisch. Schade, dass die Spieler das halt selber recht doll versauen dadurch. Ja, das ist halt der Nachteil der, äh, Anonymität, ne? Weil, ja. Zack, du siehst die Leute nie wieder, weil die, die Reams einfach viel zu groß sind. Ja. Das stimmt allerdings. Und da ist auch ein weiterer Haken. Äh, ich kann immer nur einen einzelnen Char auf Ignor nehmen, aber kein Account. Das stimmt. Das stimmt. Das ist da leider... Ja, ja, hab ich schon gesehen. Das ist leider sehr nachteilig an der Sache. Du schossst ihn ja alleine, ne? Oh, oh. Das ist halt nur, was ich selber immer sehr, äh, frustrierend fand, dass man halt, ja immer nur den jeweiligen Char, aber halt nicht den Account. Und ich hab ja kein Problem mit dem Char, ich hab ein Problem mit dem Account. Ja. Das stimmt allerdings. Das muss man knallhart so sagen. So, hast du ja alles gelohlt. Gut. Abfackel. Gefackelt ist. Einen Schatz brauch ich noch. Okay, mal gucken hier. Einen Piraten brauchen wir hier noch. Vielleicht, weil die Anfangshütte durfte ja was geben. Boah, ich denke mal. Warum greifst du hier den Unnötsten an? Ganz einfach, weil ich den mit dem Piraten zusammengepullt hatte. Deshalb musste ich den leider mit bekämpfen. Ja, siehste. Und du fragst, warum ich das für ihn gemacht hab. Du hast den Einzelnen angegriffen. So. So. Haben wir alle, ne? Jo. Können wir zurück. Weil hier geht's ja wieder. Hier sind ja die Quests relativ dicht beieinander hier unten in der Schottbucht. So. Wenn du so sagst, willst du immer etwas ankündigen. Nö. Ich. Nö. Wollte nur gucken. Guck. Du guck. Ja, ich guck. So. Du guck aber auch. Ja, ich guck weg. Nö. Mach ihn. realm. Marketing mit Aufwand. Ah, wohin? Hättest gar niemand was zu tun gekriegt. Mehr damit zu tun, hier aus der komischen Pfütze jedes Mal rauszukommen, als alle anderen. Ach, die Verringer-Post ist prioriert. Die Gegend-Tempo, da kannst du doch noch auf dem sein. Ja, du weißt doch wie das ist so. Jaja. Sieht anders aus wie der Fußboden, also muss man da weg. Das ist korrekt, ja. So, war das schon der? Ja. Suchtmeister schon. Das war schlimm mit Beginn von Pandaria, als die ganzen Heilerkreise und Krempel da so extremst dolle gekommen sind. Damit hatte ich die erste Zeit auch Probleme, ich bin auch immer rausgelaufen. Ja, da musste ich mich die erste Zeit auch arg dran gewöhnen. Der Heiler war nach dem Fluchen? Ja, aber vorher bist du es seit Jahrzehnten gewöhnt gewesen, alles klar. Wenn sich der Fußboden vorab dich ändert, lauf weg. Ja. Gut. Manche nehmen das auch. Welcher. Full gemacht hier. Manche nehmen das nicht ganz so für voll. Aber es ist dann schon lustig hier. Wobei Samus, der Effekt selber ist ja in Ordnung, aber er ist zum Teil auch ein bisschen schlecht gelegt. Weil es stimmt schon, so eine Giftwolke zum Beispiel siehst du in dem Augenblick nicht. Gerade wenn ich jetzt als Druide da meinen Heilerkreis lege, der ist ja nun mal grün, ist so eine Giftwolke dann schwer zu erkennen. Wenn du Pech hast, ja. Aber ähnlich ist es ja beim Chami auch, da mit seinem heilenden Regen. Klar gibt es ein paar Effekte, dass man das wirklich als Regentropfen sehen kann etc. pp. Aber wenn da halt irgendein anderer Flächending da ist, dann hast du halt ein Problem, ne? Ja, davon abgesehen, so wie ich selber, hab hier mit Absicht nicht ganz diese Effekte drin, weil das würde es der Rechner zwar schaffen, aber... Ja, dann ich will auch keinen Christbaum angucken. Ja, ich hab selber auch festgestellt, würde das nachher auf den Sack gehen, weil wenn du alle Effekte einhast, das glitzert und leuchtet an den Ecken und Kanten, dass du nachher schon fast eher belebtischen Anfall kriegst davon. Ja, also das ist mir auch zu extrem, zu kunterbunt. Ja. Also hab ich alles drin, dass ich das halbwegs erkenne und das reicht mir, sag ich mal. Jo, reicht auch. Das brauchst du mehr. Jo. 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 läuft, in diesem türkisen Wasser und alles kriegt man auch gleich schon wieder Urlaubsgefühle. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Den schönsten Nachthimmel in ganz V.O.V. gibt es in Nagrant. Das erzählst du regelmäßig. So. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Wir sagen tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.